I love to sweet, was geht ab? Willkommen zu stream, Alter. Ach so, hm. Wo sehe ich meine Seelen? Ich habe null, gell. Fuck, Digga. Ach, du bist Kameltreiber, was geht, Alter? So, du brenn in Hülle. Gell mal plundern, Alter. Äh. Alter, ich habe so eine Arschkarte. Ich werde sterben. Leckt mich, Freunde. Ich gehe nach Hause, Alter. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Okay, da, da irgendwo ist ein Zauberer. Ja, bübsch, ich meine Leben, Digga. So, da ist der Huhn. Hol dir das Claymore. Was ist das Claymore, Digga? Okay. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Brenn in Hülle. Okay. Okay, Doki. Wo geht's denn hier lang? Also. Okay. Kisten bringen ja wie immer nichts, aber ich mache sie gern kaputt. Seelen ist vielleicht... Vergessenen leichten Abends. Bruder. Du, Alter. Gegen den Drachenreiter. Oh, nein, Leute. Hört auf damit. Oh, Bruder. Ich trinke erst mal ein, warte. Komm, wir kämpfen hier drin. Nicht da draußen. Der will nicht, oder? Je, Digga. Ich mache dem überhaupt keinen Schaden. Digga, ich mache dem überhaupt keinen Schaden. HP nicht vergessen. Ja, ich habe keine Pods mehr. Dieser Bogenschütze, Digga. Fick dein Leben. Könnte sich gegenseitig abschießen? Geht das? Ja, Digga. Da dachte ich, ich bin jetzt hier. Gott. Die spielen ja wie Hunde, Digga. Gott. Ich muss diesen Bastard da hin. Seht ihr den? Seht ihr diesen Bastard da hin? So. Okay, ist da noch ein Bastard? Oh, da sind noch mehr Bastarde. Tja, Bruder. Das Spiel ist schon schwer. Das Spiel ist echt schwer. Ja, Leute, wie viele sind denn da hinten, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Okay, Leute. Kommt her. Kommt eins. Nachbar. Mieser Bastard. Ja, Ehre, Digga. Okay. Komm her. Uff. Du darfst gewichten. Komm mal her, Digga. Ich will dich nur herlocken. Das war nicht mein Plan. Okay. Sieben Stunden gewicht ist. Asap nimmt Schild. Nutzt es aber nicht. Ja, Digga. Ich weiß nicht, wie man es benutzt. Komm, der macht ja trotzdem Schaden an. Jetzt. Bring dich. Nein. Wurzene, Alter. What? Die trinken was? Leck mich am Arsch. Alter. Okay. Komm, komm. Greif an. Greif an. Der greift erst, dann will ich angreifen, oder? Du Scheiße. Ja, Digga. Mein Schild war halt besser als deins. Und. Okay. Kann man, kann man, äh. Warte, ich trink mal. Kann man von diesen Lebens-HP-Potion-Dinger immer noch welche finden? Ich darf auch nichts mehr machen. Da ist ein brauner Stift in der Hose aufgetaucht. Alter. Ähm. Habe ich irgendwas? Habe ich hier irgendwas? Das Spiel ist nicht schwer. Da sollst du ja. Seele eines. Gib mir deine Seelen. Stück Scheiße. Oh, 200, Digga. Ähm. Da hoch kann ich ja wahrscheinlich nicht durch jetzt. Oder was? Oder doch? Klappier's nicht. Kann ich da durch, Leute? Muss ich da hoch oder muss ich da rüber? Macht der jetzt wieder sein Feuer? Der macht sein Feuer nicht, gell? Ich glaube hier ist nicht. Da liegt das Claymore. Ja wo? Da oben oder wie? Aua. Okay, ich kann da nicht durch. Da brennt ja alles. Da brennt alles in Mülle. Trink. Trink. Dein Trink. Da oben seine Seelen zu verzocken ist nicht so, oder? Wo ist Dirtman, wenn man ihn braucht? Der hilft einem wenigstens. Reaper lässt mich immer in den Tod laufen. Wieder derselbe Plan, würde ich mal sagen. Der hier muss sterben, Alter. Gott. Reaperdunt. So, komm Bruder. Alles gegen eins. Oh Gott. Der hat mich fast gefickt. Ich muss meine Seelen kriegen. Lauff, lauff, lauf, 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 lauf... Okay. Was mache ich jetzt? Let's move on durch. Das sind voll viele Seelen. Die... Auf die scheiße ich jetzt erstmal, oder? Digga, kann man in diesem Scheiß-Spiel nicht speichern, Alter? Dreckiges Kackspiel. Mit einem Bogen? Ich hab keinen Bogen. Vorsicht vor Truhe. Wieso? Was soll da passieren? Vorsicht vor Truhe. Kleinen Pickfressen. Was? Was? Kleiner dreckigen Pisser, Alter. Gebt mir meine Seelen. Okay. Leute, ich muss irgendwo meine Seelen einsetzen. Wenn ich sie verliere, bringe ich mich um. Wunderwitz. Gibt's irgendwas? Geheimeingang? Mäßiges? Gibt's hier gar nichts? Ich kann ihn töten. Hä, wie soll ich ihn töten? Ist das eine Tür? Nein. Ja, aber hä, wie mach ich das denn? Was muss ich da machen? Digga, ich muss mich verarschen. Hier gibt's echt nichts. Leckt mich. Also die Mimik. Hä, wie mach ich das? Der frisst mich doch auf. Oh Gott. Bruder. Ich steh' nix. Lieber, ich fick deinen Arsch. Ich fick deinen Arsch, Digga. Der sagt, der ist nicht schwer. Verpiss dich. Jo. Jo, gut nachdemi. Oh nein, Mann. Meine Seele. Ich scheiße auf diese Kiste. Die kann mich mal. Leck mich, Bruder. Leck mich. Servus. Servus. Servus, Freunde. Okay, ich geh wieder. Kann ich die Tür wieder schließen? Ach, leck mich. Der Typ schwer. Anscheinend sehr stark. Oh mein Gott, Digga. Leck mich, Alter. Oh Gott. Uff. Digga. Verreck. Stück Scheiße. Kämpf nicht gegen den Ritter. Digga, der Ritter ist nichts, Alter. Ist voll der Lapp. Wie töte ich diesen Bastard? Muss ich den töten, eigentlich? Kann ich nicht irgendwo, äh, Lagerfeuer machen, Alter? Uff. Wie kommst denn du her, Bruder? Tschüss. Okay. Muss ich den ganzen Weg jetzt? Renne da durch. Wo durch? Da unten, oder wie? Warum kommen hier beide? Oh mein Gott, Digga. Kurst noch ein paar Seelen einsammeln. Ich bin tot. Ich bin tot. 4.000 Seelen. Reaper, ich f*** dich. Egal, was passiert, Leute. Reaper schuld, dass ihr Bescheid wisst. Oh Gott, Alter. Jetzt doch beruhig dich mal. Ein Stück Scheiße, Alter. Kurz einen Herzinfarkt bekommen habe ich. Ich habe gerade meine Seelen geholt und da hat er meinen Arsch gefickt, Alter. Hallo? Hast du gerade echt die Teckel runter? Das Feeling bekomme ich nie wieder. Ja, ich glaube. Was meinst du für ein Feeling? Verzweiflungsfeeling? Selbstmordgedanken? Brandbombe. Ja, komm doch, Digga. Komm doch. Haha, Digga. Holy Motherfucker. Ja, 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 ja. Ich habe es gar nicht so gemeint. Ich habe es doch gar nicht so gemeint, Alter. Digga. Muss ich da lang? Normalerweise. Ich sage... Tschö, Junge. Alles gut. Oh mein Gott, Digga. Mein Gott. Puder. Hallo? Was haben wir denn hier? Dankeschön. Tigger. Jo, alles klar, Dussi. Ah, 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 ah. Oh, warte, auf dem Dach. Oh, auf dem Dach ist ein Lagerfeuer eigentlich. Könnte ich meine Istos-Dinger aus Dingsen aufladen. Da unten wartet so ein Bastard. Wenn ich da durchlaufe, sterbe ich. Oder? Was soll's? Also, tschüss. Du kannst da rumrandelieren. Ich habe da keinen Bock drauf. Digga. Alter, ich fick dich mal, ohne Witz. Da unten ist auch noch einer, Bruder. Äh, sind die tot? Ja, oder? Digga, was ging hier ab, Alter? Boah, was ist das für ein Vieh, Mann? Ja, wir hatten die hingerichtet. Alter, Bruder, das wird aber auseinandergenommen, ja. Ja, motherfucker. Alter, was ist denn das für einer? Ja, motherfucker. Alter, was ist denn das für ein Vieh, Mann? Was ist das für ein Freak? Die Phasen. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch, mein Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.